Hallo, beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie man einen Diamantknoten am Leine flechtet. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Leine rund flechten könnt. Ihr könnt das Ganze ja auch einfach mit einem Diamantknoten beginnen. Ich mache es jetzt ohne. Ihr nehmt eure Farben, sortiert sie euch so ein bisschen nach der Farbe, wie ihr sie gern haben wollt, und dann geht es auch schon los. Ihr nehmt den zweiten und legt ihn unter den Mittlern durch. Dann nehmt ihr den letzten und führt ihn auch hinten rum, genauso über den Mittlern durch. Sieht das hier so aus. Dann nehmt ihr den ersten, legt ihn in der Mitte zwischen den anderen beiden, so rum durch. Dann nehmt ihr den Grauen, unten rum, über den ersten, so rum durch. Ihr könnt euch das eigentlich ganz einfach merken. Wenn ihr flechtet, habt ihr immer drei, die miteinander verflochten sind und einer, der hier so ein bisschen absteht. Ihr verflechtet immer den abstehenden. Ihr nehmt den abstehenden, geht unten lang und einfach um den Mittlern rum. So, jetzt sind die drei miteinander verflochten und der hier steht ab. Dann nehmen wir den hier unten rum und um den Mittlern rum. Dann ist der hier der Abstehende. Unten rum und um den Mittlern rum. So könnt ihr das dann machen, bis ihr euren ersten Ring setzen wollt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Ring setzt. Ihr nehmt den Ring und tut ihn durch die ersten, also die mittleren Korts durch den Ring ziehen. Dann habt ihr das quasi so. Und dann wird ganz normal weiter geflochten. Die drei sind die verflochtenen, das ist der einzelne, der absteht. unten rum und um den Mittlern. So. Dann habt ihr den blauen hier. Unten rum und um den Mittlern. Der rosane. Unten rum und um den Mittlern. Jetzt ist es der grüne. Unten rum und um den Mittlern. Wie ihr seht, der Ring ist einmal frei eingeflochten. So, das könnt ihr jetzt machen, solange ihr eure Leine haben wollt. Genau. Das war schon der ganze Zauber. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bis dann. Tschüss.